Guten Morgen! Morgen! Bitteschön. Ich hätte gern ein Filterkaffee ohne Milch. Und ein Muffin. Ja, einen Muffin hätten wir auch noch gerne dazu. Ja, gerne. Das macht 23 Lira. Gut, 23. Hier, bitte. Haben Sie es nicht vielleicht etwas kleiner? Ich hab's kleiner! Wirklich? Ich hab, äh... Oh, ich hab hier 10. Wenn du noch 13 hättest, wär das gut. Du kriegst es wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Oh! Warte, warte! Ich zähl lieber noch mal! Okay, dann zählen wir sie also noch mal. Ja, bitte sehr. Was ist? Ich hab es etwas eilig. Das haben wir auch. Ach, wirklich, ja? Ja, genau. Du kannst sicher noch zwei Minuten warten, oder? Gut, dann zähl noch mal. Eins... Zwei... Und... Drei... Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Also, pass doch. Was machst du da? Was soll das? Ich will was bestellen. Wie lange soll ich denn hier noch warten? So lange, bis wir fertig sind. Wir sind nämlich gerade dabei zählen zu lernen. Los, Chant, noch mal. Eins... Das kann ja eine Ewigkeit dauern, bis... wer bei 13 angekommen ist. Jetzt mehr etwa drohen? Darf ich bitten? Sie können hier bestellen. Sehr gerne. Ich nehme diesen Muffin. Was wäre dann alles? Und dazu noch einen Orangensaft. Also, gut. Behalten Sie den Rest und einen schönen Tag noch.